Liebe Luna, lieber Rocky, liebe Tiger, lieber Yoshi, liebe Mimi, lieber Zottel, an alle Fellnasen, Schlappohren und Stubentiger. Was wäre unser Alltag nur ohne euch? Ihr seid unsere Spielgefährten und Laufpartner, ihr seid Beschützer, ihr seid Teil der Familie. Wir lieben euer wärmendes Fell und die kühle Nase, wir lieben euer Piepsen und Bellen, das Miauen und Schnüffeln, das Tapsen, Schleichen und Stupsen, euren liebevollen Blick. Ihr bringt Farbe in unser Leben, Freude in jeden Raum und nehmt uns mit in eure Welt. Ihr seid das Erste, was wir morgens sehen und das Letzte, an das wir abends denken. Natürlich geht ihr uns auch mal auf die Nerven. Aber Zeit mit euch ist jede Mühe wert. Zeit für kuschelige Momente. Zeit fürs Wesentliche. Zeit für euch ist Zeit für uns. Ihr könnt nur einen Teil unseres Lebens begleiten, aber wir sind das ganze Leben für euch. Ein Leben voller Spaß, Freundschaft und Treue. Eure Liebe ist bedingungslos. Eure Freundschaft ohne Hintergedanken. Und dafür sagen wir Danke. und ra Shaff modeloется Dann. Eure Freundschaft? Eure Freundschaft? Ja, ist von Arbeit.